Hallo und weiter im Text mit Jack2. Ich bin immer noch angepisst. Ich bin immer noch dabei, hier diesen Scheißkampf zu erledigen. Jetzt ist... gut, ja, alle Einheiten kommen zu den Wasserslums. Ich würde es bevorzugen, wenn ihr das nicht tun würdet. Und ich denke, es ist wirklich größtenteils auch dann scheiße, wenn man hier dauernd runterfällt und dann wird man von diesem... Mistding so abgeschlossen. Es nervt jetzt gerade echt nur noch, weil es so unfair ist. Fast jeder erste Schuss trifft und sonst sind die Passanten... sonst haben die Passanten nie Widerstand. Wenn man mit dem Board über sie fährt, sind die Passanten nie irgendwie störend. Nie. Wo ist eigentlich mein Fahrzeug? Ich habe das nie geparkt. Ihr wollt mich doch verarschen. Ihr wollt mich doch ernsthaft verarschen. Nee, Leute. Ich sehe ja sogar die Säule, wo ich hin muss. Jetzt, jetzt... Warum steige ich jedes Mal von Bord ab, wenn ich getroffen werde? Ey, das kotzt mich an. Es kotzt mich an. So, Leute. Ich denke, ich spule vor. Ich werde jetzt nebenbei nicht reden. Denn ich habe echt keine Lust mehr. Ja, wir sehen uns an, wie ich es geschafft habe. Und ich spule jetzt vor. Ich werde zwischen und 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 reden, aber es erwartet nicht viel. Oh, okay. Das war's für heute. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Und wer auch immer die Idee für diese Verfolgungslärm hat und ich will herausfinden, wo du bist. Nein, nein, das wirst du nicht! Ich werde dein Haus anklampfen. Ich werde ihm auch eine Klampflade auf den Hals setzen. Ich werde dich nicht anklampfen. Ich bin Vampal und Schwachst ultime, dass ich Angst habe vor mir was, was ich dann so schwer bin. Aber ich werde mir einen jeanshopfeln lassen, im Hekt spot, im Hektbad, der ist die für die Weile der bächtige Vogelgezwung. R familiar und so wirklich für mich! Okay, der Mensch, der Mensch hier ist der Base zum Aufbau. Was ist das so, was ich verringert? Ich verscheide nicht mal die Einblarde. Ich verscheide nicht mehr ande. Ich verscheide nicht mehr. Ich verscheide nicht mehr. Das war's für heute. Bis zum nächsten Mal. Ich muss mal in die Brut loswerden. Hat nicht geholfen. Ich muss mal in die Brut loswerden. Das war's für heute. Ich möchte was kaputt machen. Irgendwas. Oder ich möchte irgendwem wehtun. Irgendwem. Lass mich einfach auszahlen. Ich möchte was, ich mache kurz meinen Ton aus. So, dann helft die Scheiße und muss ich nicht mehr. Dann geht mir die Monster, dass ich ihn so machen darf. So. Ich bin schon immer noch nicht לפ. Dann, die blöde Bussch dem da, die ganze Zeit nicht fährt. Ja, ne, da wird die Säte gegeben, aber was, ich mache noch nicht. Na, ne Räder. Untertitelung des ZDF, 2020 Ich kann ja überhaupt keine Lust mehr auf diese Scheißversammlung durchzunehmen. Nein, das kann doch nicht wahr sein. Und wer, ich schwöre euch, wer irgendjemand postet euren lieben Kommentar? Ich würde jetzt einfach nicht zweier, und wenn man einen Lob, dann natürlich nur noch ein paargarten. Das HIS PROSCH Jack. Es ist dann noch nicht so wichtig! Und ich habe jetzt noch nie einen Spann, dass man nicht auf dem Spiel. Jetzt hab ich sie dabei! Ja und ich bin ein Spann. Ich habe ja auch nicht Colin. Ja, ich habe ja auch nie gewonnen. Ich habe ja auch schon ein Spann. Oh ja! Ich bin der Mischik. 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 Das ist ein Schuss. Das war's für heute. 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 Das war's für heute.